Die Schüler der Volksschule St. Michael verabschieden den Fasching alljährlich vor dem Gemeindeamt. Nachdem Bürgermeister Karl Fahlinger die Lehrer, Eltern und die Kinder begrüßt hat, gaben die Kinder ihr Bestes, was sie so in den letzten Tagen einstudiert hatten. Begrüßen wir die gesamte Belegschaft, sage ich einmal, die Belegschaft Lehrerinnen und Schüler der Volksschule St. Michael unter der Leitung von Frau Direktor Gudrun Schatzl und es sind deren viele da, auch die Lehrer der Musikschule, habe ich gesehen, sind die Betreuer der Nachmittagsbetreuung, alle sind Sie da? Ja! Jetzt habe ich euch wahrgenommen und jetzt gleich einen Riesenapplaus und der gilt für euch. Danke, dass ihr da seid. Ich sehe ja heute ganz verschiedene Masken, was habt ihr ja heute für ein Motto? Film und Fernsehen und gibt es da Lieder auch dazu zum Film? Film und Fernsehen und der Lieder auch dazu zum Film? Musik Supercarifagilistik, expiali-getisch Dieses Wort geht durch und durch und vorbei synthetisch Wer es laut genug aus sagt, scheint klub und fast prophetisch Supercarifagilistik, expiali-getisch Krapfen für alle Kinder, so kann der Faschin seinen Abschied nehmen Musik 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 Musik